Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch aus Gladbeck. Ihr habt es in Tide schon gelesen. Kuto durch Hamburg. Auf jeden Fall, Leute, Armin ist heute nicht mit am Start. Fick dich, Armin. Er hat uns verarscht. Angeblich, er muss heute Haare schneiden. 2 Mal hat 500 Termine. Ja, aus dem Nitz. Und wenn wir heute schneiden wollen... Bruder, heute ist ja wirklich... Guck mich an, guck mich an! Was ist das hier? Beantwortet die Frage. Was ist das? Kaugummis, Bruder. Das ist aber ganz komisch, Kaugummis. An alle meine Zuschauer, die Snooze nutzen. Hört auf damit, ihr Junkies. Endlich mal wieder Streit auf der Autobahn. Er zeigt einfach Mittelfinger. Ich werde dafür sorgen, dass er 5000 Euro Strafe zahlt. Zeig mal noch mal Mittelfinger. Ich habe diese Tasche öfter als meinen Vater gesehen. Brauchst du was? Nein. Sicher? Ja, ganz sicher. Was gibt es Besseres zum Frühstück als... Ich weiß nicht, was ich mache. Was ist das? Döner. Ah, Döner. Richtig. Wir sind bei Batman. Wusstest du, dass der Laden Batman gehört? Echt? Ich dachte, das gehört der türkischen Stadt. Echt? Zeig mal deine Uhr. Nein. Dann zeig ich meine. Schreib mal in die Kommentare, welche Uhr stabiler ist. Brauchen wir ja gar nicht zu zeigen. Nein, der ist stabiler, Bra. Okay, danke, Bra. Tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, dass ich von einem Jahr schon mal mit Ozan hier war, aber ich habe hier nicht gegessen gehabt. Das weiß ich noch. Hier soll es einen guten Döner geben, aber nicht im Flamu, sondern im Dürren. Im Dürrenbrot. Weißt du, was ich meine? Ach, gibt es hier keine Teigtasche, oder? Nee, nur Dürren. Habe ich doch gerade gesagt. Stabil, Bra. Schaut euch das mal an. Die haben hier vier ganze Spieße. Gehen die Spieße auch weg? Ja. Stabil, Bra. Und angenehm. Ja, Stabil, Bra. Hier gibt es vier Spieße. Und der meinte, die gehen auch alle weg? Ja, hat er gesagt, habe ich gehört. Also kann es nur gut sein. Stimmt. Wir haben uns zwei Kalt-Dürrens geholt. Ich bin gespannt, Bruder. Dann hat die Gesichtsgeschaut. Es riecht ja auch gut. Ist auch günstig. Ich bin gespannt. Das sind die Preise, meine Damen und Herren. Ganz angemessen. Eisberg, Buda außen, Buda außen und dann beide Soße, keine Zwiebeln. Hast du heute ein Date oder was? Ja, mit dir. Du, mitnehmen oder hast du was? Du, mitnehmen. Ich sag's euch, wie es ist. Für sechs Euro so ein Oschi zu bekommen, ist schon hart, Bruder. Weiß ich, wieso immer, wenn wir anfangen, die Pubios aufsehen, bin ich immer voll schichtert. Das ist immer von unangenehm anfangen. Aber mit der Zeit im Laufe des Videos gewöhnt man sich dran und dann ist man cooler zu den Leuten. Los geht's. Was ist los, Alter? Da brachte Jungs gefragt, wie schmeckt man ja alles gut? Der ist mehr als gut, Bruder. Das Brot, Lavaschbrot, ist top, top. Frisch, frisch. Schmeckt genauso, wie wenn es eine ältere Oma aus dem Dorf machen würde. Weiß ich, was ich meine. Und das Fleisch? Auch sehr, 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 sehr saftig. Wer damit nicht satt wird und dafür sechs Euro aus dem Bruder, hat keine Ahnung. Also wir haben hier fangkuchenartiges Brot. Nee, nee, das ist Lavasch. Lavasch. Genau. Reimt sich auf cooles Havasch. Weiß jetzt rein. Ich hab hohe Erwartungen. Du hast gut geredet. Was denn jetzt? Was ist denn ein Mh? Ich muss da erstmal runterschicken. Ah, okay. Vom Geschmack her überzeugt er mich. Und was gibst du dem heute? Willst du das echt wissen? Ja. Ich sag dazu mal gar nichts. Was? Die Punktzahl könnt ihr euch selber ausdenken. Nein, nein, nein. Du musst es sagen. 8,5 von 10. Was? Ich sag dir, wie es ist, Blatt. Du hast mich gerade sehr enttäuscht. Du bist immer sehr kritisch unterwegs gewesen, aber heute bist du mir zu kritisch unterwegs. Das Ding kriegt von mir einer. Softige 9 von 10. Ich hab mir noch gewünscht, dass es dir noch einen normalen Fahrenbruch gibt. Aber ich sag dir, wie es ist. Das war ein sehr guter Spot und ein sehr guter Anfang. Das war ein gelungener Düdem. Hey, darf ich mal deinen Pulli sehen? Ja. Das ist ein schöner Pulli. Wo kann man den erwerben? Auf der Online-Seite. Dollar-Seite ist ja. Lazo, kannst du dich an die alten Zähne erinnern? Die ganz krassen YouTuber von damals kamen alle aus Hamburg. Ja. Okay, nimm mir drei. Simon Desu. Ja. Außenseiter. Ja. Alberto. War White Titi auch von hier? White Titi? Jetzt essen wir mein Lieblingsessen. Weißt du, was mein Lieblingsessen ist? Nee. Nudeln. Am liebsten mit Heinz-Ketchup. Angekommen bei Bella Luna. Hier gibt es wohl Nudeln mit Trüffeln. Ich sag dir ehrlich, Trüffeln mag ich nicht, aber Versuch ist es wert, oder? Das Geile an diesen Nudeln ist, die machen das wie in Istanbul. Haben so einen riesen Behälter. Nudeln rein, Käse rein, mischen und dann wahrscheinlich noch Trüffel drauf. Mal gucken, ob wir aufnehmen dürfen. Ein sehr sympathischer, kleiner, knuffiger Laden. Mit teuren Nudeln. Und gute Speisekarten. Speisekarten sind lauter sehr wichtig an der Stelle. Nee, das Problem bei der Speisekarte war einfach, es wurden erstmal die Getränke angezeigt. Digital war das. Man musste runterscrollen, runterscrollen, runterscrollen und dann wurde erst das Essen und die Speisen gezeigt. Und das ist problematisch, das sollte man schon ändern. Also das ist der einzige Kritikpunkt. Du hast es nicht mal gegessen und kritisierst jetzt schon, ja? Ich kritisiere nur die Speisekarte, nicht das Essen. Okay, okay. Ihr seht, Leute, ein Kritiker. So, ich wollte euch alle hier am Tisch mal Bescheid geben, dass ich auf die Toilette gehe. Okay, okay. Bist du nicht bestellt? Und hast du irgendeine Kritik bezüglich der Toilette? Also die Toilette ist auf jeden Fall eine 10 von 10, weil die, das Waschbecken war aus Gold. Oh, normal, Junge, wenn die Nudeln hier 25 Euro kosten. Also hier haben wir einmal Spaghetti, eine italienische Spezialität. Keine Spaghetti. Kein Spaghetti. Tut mir leid, ich kenne mich nicht aus. Aber egal. Ist auf jeden Fall eine italienische Spezialität. Das sind da verschiedene Gewürze. Stark. Und gleich kommt der Käse. Du, er bereitet gerade das Essen vor. Boah, Alter. Du hast sogar keine Ähmung, Junge, war? Warum? Ich tue das so gerade, ist nur bewerten. Das kriegst du schon da richtig. Und das, meine Damen und Herren, ist der Käse, der gleich auf die Nullien draufkommt. Ey, das ist ja krass. Waren Sie schon ein paar Mal hier? Waren Sie schon mal hier essen? Nee, aber der dran, ne? Ich komme nicht nach. Zum Wohl. Aber ich kriege safter Wasser. Ist doch egal. Nein, nicht egal. Doch. Ist doch kein Mann. Du bist Mann da. Aber mach mal heute eine Ausnahme. Zum Wohl. Eine Ausnahme. Kommen Sie schon. Okay. Jan, der hat mir Luft geschoben. So, jetzt. Dankeschön, du hast mich gerettet. Kein Problem. Dich lasse ich niemals hängen, mein Bruder. Hi. Die Nulli werden angerichtet. Okay, das sieht wirklich cool aus. Das sieht interessant aus. Vielen Dank, super. Danke. Nee, man merkt, die machen das hier mit Leidenschaft auf jeden Fall. Würde ich auch schon 20 Euro. Weißt du, was das für ein Käse ist, Jan? Nee, was denn? Parmesan. Ist richtig? Ja. Siehst du, ich kenn mich aus, Jan. Du kennst dich aus. Ja, mit Trüffel wird jetzt offenbar das erste Mal sein, Trüffel zu essen. Dann wollen wir mal. Also, meine Freunde, das ist geisteskrank. Eine Geschmacksexplosion da so. Also, ich hab bestimmt schon eine Tonne Nudeln gegessen, so sehe ich auch aus. Aber tatsächlich noch nie mit Parmesan vermischt, so weiß ich meine. Der Shambaba, Bruder. Wow, das rechtfertigt auf jeden Fall die 25 Euro. Du hast einfach eine Dauerexplosion im Mund, jetzt sagst du dir, es ist sehr intensiv auch. So, probieren wir das Ganze mal mit Trüffel. Hm. Ich schmeck den Trüffel gar nicht raus, wie der ich bin. Also, für mich schmeckt es sehr neutral, als es jetzt nichts will ist, weiß ich meine. Aber die Nudeln sind krass. Ich brauch gar nicht erklären, was wir haben. Jan hat schon alles erklärt. Stimmt. Aber ich brauch mal kurz erklären, was Trüffel überhaupt ist. Sag mal. Weißt du das? Nee. Es sind verschiedene Arten von Pilzen, die zu einem Pilz zusammenwachsen. Ah. Und deswegen ist der Trüffel auch so teuer, weil er auch schwer zu finden ist. Wird man davon zudrumpft? Ja, wenn du den falschen Trüffel erwischst, dann wirst du auch davon high, ja? Okay, ich verstehe. Ist eine Zehn von Zehn, ja? Er heißt Chan Brock. C-A-N-B-R-O-K-E. War auch damit. Hier ein Lolli für dich, du Lutscher. Ja, ihr könnt. Danke. Echt? Können wir? Super, wir haben auch gerade 8 Euro für 2.0 ausgegeben. Dankeschön. Du hast gute Arbeit geleistet, Kleiner. Weiter so. So, ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Ah, okay. Viel Spaß. Danke, Ihnen auch. Weiß nicht wieso, aber die Leute sind immer frech zu mir. Ich habe noch nichts getan. Kommen wir zum Fazit, meine Damen und Herren. Wir haben gerade für 2 Portionen Nudeln 80 Euro dagelassen. 80 Euro. Und zum Trost haben wir noch einen Lolli bekommen. Ein schöner, schöner Mann. Was arbeitest du? Ja, Tifo. Ich arbeite immer einfach. Nee, ich dachte, du bist Bankkauf, Mann. Das kann man verwechseln, du. Geschenk für dich. Ah, okay. Doch, 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 doch. Dann müsst ihr mal an mich denken. Ja, hallo. Super. Ey, ist das nicht die Alster? Free Man Boys, Free Man Boys. Ich sag's euch, wie ist es? Die Nudeln sind böse reingegangen. Und ich bin ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr auf Essen. Ich bin satt. Hat jemand den Klingel bestellt? Ich nehm ich nicht. Was sollst du sagen? Ich bin satt. Ich kann nichts mehr essen. Aber dir zuliebe esse ich und unseren Zuschauern zuliebe. Aber bevor wir essen gehen, mein Freund, könntest du dich nicht auf eine Thai-Massage einladen? Nee, ich habe keine Lust auf Massage. Ich habe eher nur Lust auf Happy End ohne Massage. Okay, Spaß beiseite. Einen Döner haben wir schon gegessen. Nun haben wir auch einen Ton. Was denkst du, was wir als nächstes essen werden? Äh, einen Döner? Richtig. Gemüse-Döner bei Cell Kebab. Ein schöner, bunter, leuchtender Laden. LEDs machen sehr viel aus. Ich werde angezogen wie ein Insekt. Kennst du eine Mücke, die gegen Dings fliegt und dann verbrennt? Also ich bin gespannt auf den Hähnchenspieß. Der sieht sehr appetitig aus. Hier sind die Zutaten. Oh, was war das? Oh. Was passiert hier, Alter? Jetzt gucke ich an. Danke. Bittchen. Leute, ihr kennt mich. Ich bin der Repräsentant von Berlin, obwohl ich aus Gladbeck komme. Nun deswegen bin ich immer sehr kritisch. Ich teste in jeder Stadt den Gemüse-Döner und bin immer ehrlich, Bruder. Der Spieß sieht saftig aus. Sieht sehr saftig aus. Was willst du haben? Mach so, wie du möchtest. Wie ich möchte? Okay. YouTube-Amm-Pokarien. Ja, YouTube. Chan Brock. Ja. Ja. Adieu. Oh. Sichtgeschwindigkeit. Oh. Aha. Zitrone. Ja. Zitrone, ja. Aha. Ja. Scharf, ja. Ja, ja. Aha. Stark. Also ich weiß nicht, was dir abgeht, Bruder, aber die Leute haben sich an YouTube-Videos gewöhnt, glaube ich. Kann das sein? Schaut euch das an. Optisch sehr gut. Geruch sehr gut. Ein sehr guter Gemüse-Döner, Bruder. Er ist ich? Ja. Wenn ihr mich fragt, kann auch der mit mir in Berlin mithalten. Bitte schön. Okay, das ist eine Ansage. Das muss ich jetzt selber überprüfen. So. Isla. Scharf, ja. Ich finde, du hast nicht recht, Jam. Der ist eine 10 von 10. Bruder, ich sag's euch, wie ist das? Wir sind hier keine Schauspieler. Wir werden für nichts hier bezahlt. Ich bin derzeit sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich sag's euch, wie ist das, Alter. Mal gucken, was unser pakistanische Bruder zu sagen hat. Das war der Bist aus Pakistan, meine Damen und Herren. Was sagen Sie? Echt, ein sehr guter Döner. Besser als einige Döner in Berlin sogar. Das Döner-Thema in Hamburg haben wir durch. Wir haben zwei leckere Dönerlegen gehabt. Alter, was ist das denn? Die Lackfee macht's wieder gut. Wie viel Geld hat er bekommen, um diese Werbung zu machen, oder? Angekommen am nächsten Spot. Wo sind wir? Wir sind bei Underdogs. Hier kriegst du Lobster, also Hummerfleisch, in einem Brot serviert. Ich weiß nicht, wieso. Die wollten eigentlich, dass wir drin sind. Was haben wir getan? Wir wollten drinnen essen. Sie hat gesagt, lieber nicht. Naja, solange es geschmacklich taugt, bin ich trotzdem zufrieden. Hier haben wir unser 30 Euro Hummerbrötchen. Du kriegst dasselbe bei Nordsee für 50 Cent. Okay, nein, ich nenne es zurück. Das sieht schon optisch gut aus. Guck mal näher. Noch näher. Schön angebratenes Brot. Mit Butter eingeschmiert auf jeden Fall. Es ist sehr knusprig, das spürt man. Ich darf einen Zehner-Schein fallen lassen. Ist okay. Also optisch sieht er gut aus. Ich habe hohe Erwartungen. Moment, ich versuche, mich mal ein bisschen aufzupappen, bin ich. Limon. Ich sage dir ehrlich, dasselbe Sandwich kriegst du bei Nordsee für 2,50. Aber ich gebe dir meine 10 von 10. Ich sage euch, was das Problem hier ist. Gegen den Lobster kann man nichts sagen. Aber diese Gebürze schmecken mir nicht, weißt du? Ich finde, Lobster passt nicht als Sandwich. Ich habe es zu euch probiert. Lasst gut sein. Müsst ihr nicht essen. Ali? Ja, guck mal. Kann man machen. Muss man aber nicht. Jungs, ich versuche mal kurz diese Soße zurückzugeben. Vielleicht kriegen wir dann 5 Euro zurück. Ja, mach mal. Was darf in einer Frutur nicht filmen, meine Damen und Herren? Es ist in jeder Frutur dabei. Pizza. Richtig. Wir sind bei Tazi Pizza. Und hier gibt es eine schöne Steinhofen-Pizza. Heute haben wir es aber nicht so gut planen können. Der Laden ist schon voll. Obwohl er es seit einer schon offen hat. Das heißt, der Laden ist sehr beliebt. Drin ist leider kein Platz. Wir werden draußen wie Hunde essen. Da hat der YouTuber-Status auch nichts gebracht, meine Damen und Herren. So, die Pizza ist auch schon fertig. Wow, okay. Das sieht vielversprechend aus. Stark, Meister. Seid ihr die beste Pizzeria in Hamburg? Sagt man so. Das haben wir auch so mitbekommen, ja. Deswegen sind wir hier. Basilikum hier. Olivenöl. Fertig ist die Pizza. Lass uns alles schmecken. Dankeschön. Ich war jetzt nicht drin, aber meine Kollegen meinten mir, dass sie hier drin sehr gut empfangen wurden. Ja, der war auf jeden Fall sehr lieb. Deswegen gucken wir mal. Oh, oh. Oh, wenn jetzt Armee dabei gewesen wäre, hat er gesagt. Er sagt jetzt bestimmt, der sieht aus wie der von Napoli. Aber das ist wirklich eine naponalische Pizza. Naponalisch, Napoleon? Ne, naponalisch. Jetzt haben wir die Pizza einmal gefalten. Ich habe davor schon fast die ganze Stadt aufgelassen. Aber die Pizza geht gerade rein wie Butter. Seid ihr bereit für mein Statement? Beste Pizza, die ich in Deutschland gegessen habe. Und ich habe früher Pizzeria gegessen. Ich bin jetzt echt gespannt, weil du hast echt gut geredet. Bruder, ich werde nicht bezahlt. Meine Meinung ist immer echt. Von mir aus komme ich auch unsimpalisch in den Videos rüber, aber ich bin immer ehrlich. Wow. Eine saugeile Pizza, aber nicht die beste, die wir in Deutschland gegessen haben. Keine Ahnung, wie du mit wir meinst, aber das war für mich mit Abstand die beste Pizza in Deutschland, die ich je gegessen habe. Ali hat sich inzwischen auch zu einem fetten Kind entwickelt. Seitdem er bei mir bei zwei, drei Foodtouren dabei gewesen ist, kriegt der Junge nicht genug. Aber er wird mir zuständig. Ich kenne meinen Bruder Ali. Ne, ist schon sehr, sehr, sehr gut. Jedem Foodvideo darf natürlich nicht die Nachspeise fehlen. Das machen wir mal am Ende des Videos. Das bedeutet, wir sind schon am Ende angelangt, meine Damen und Herren. Was essen wir jetzt, Herr Laso? Wir essen Zimtschnecken und davon gibt es mehrere Varianten. Schnecke, wie geht's? Zimtschnecken, Mann. Schreiner Funfact. Zimtschnecken, Mann. Schreiner Funfact. Zimtschnecken ist mein Lieblingsgebäck. Und Zimtschnecken ist gut für die Eiermuskulatur. Weißt du, sagst du, wie es ist? Ein schöner, bunter, leuchtender Laden. Das gefällt mir. Also das hier sieht aus wie ein Star Wars Lichtschwert hier. Für mich auf jeden Fall Pistace, ja. Okay. Und Jungs, wie lassen wir uns überraschen von dem Chef? Also hier haben wir einmal die Blaubeerenrolle, dann die Apfelrolle, dann die Zimtrolle. Das ist Standard, Zimtschnecke, kennt man. Oh, Haselnutrolle. Schmeckt wie Kinderbäder. Oh, da bin ich doch, da bin ich doch dabei. Kannst du noch einen Kokosnuss machen? Ja, das schmeckt wie Raffaello. Boah, darauf habe ich Bock. Wir haben gerade mit dem Chef ein bisschen Smartalk geführt und er will uns jetzt ein bisschen zeigen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Er hat hier 25 Mitarbeiter, Bruder. Und guck mal, die arbeiten hier alles fort. Weißt du, wie ich mich hier fühle? Wie Chal und Jokoladenfabrik. Ja, so sieht das auch aus, ne? Voll geil. Na ja, also wir gären das hier, wir backen das hier, wir dekurieren das hier. Das heißt, du hast hier tatsächlich, wenn vorne immer was fehlt, fast zwei Stunden, bis wirklich eine Schnecke fertig vorne steht. Das heißt, wir müssen das ein bisschen vorproduzieren. Wir wissen natürlich, was wird am Tag ungefähr verkauft und dann produzieren wir das halt so dementsprechend nach, ne? Wirklich cool. Normalerweise haben wir noch nie dieses Essen, aber ja, wir dürfen. Das ist mein Kakao. Hier ist ein Herz drin. Fantastisch. Das ist meine erste Zimtschnecke mit Haselnuss. Wow. Sehr geil. Unglaublich lecker, Bruder. Vor allem diese Haselnuss. Boah. Ich fühle mich wie ein mieser Fettsack. Das hat Chef mit seinen eigenen Händen gemacht. Ich fühle mich geehrt. Ich liebe Zimtschnecken. Oh Mann ey. Die bereuen das gerade, dass wir sitzen dürfen. Was gibt es denn den ganzen hier? 10 von 10. Und das, meine Damen und Herren, war es mit dem Video. Ihr wisst, was ich von euch als Motivation haben möchte. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten. Und dann wird es sein, bis zum nächsten Sonntag wieder. Passt auf euch auf. good morning.